Radha in Trennung von Krishna In den Schriften der Chaitanya-Schule heißt es, dass eigentlich nichts von dem, was in dem ewigen Reiche Goloka geschieht und auch nichts, was zur zeitweiligen Offenbarung dieses Reiches auf Erden gehört, durch die Sprache verständlich gemacht werden kann. Aber um einzelne Menschen anzuziehen, wird gleichsam ein wenig von der Spiegelung des Unaussprechlichen durch Vergleiche, Bilder, Beziehungen zu den Dingen in der Sinnenwelt angedeutet. So wird zum Beispiel vom Alter der Gopis gesprochen. Es wird gesagt, dass Radha, die ewige Chit-Shakti Bhagavan Krishnas, bloß die Merkmale des allmähligen Heranwachsens vom Kinder zum jungen Mädchen offenbart und dann für immer in diesem Alter verbleibt. Von Lalita, ihrer unvergleichlichen geliebten Freundin, wird berichtet, dass sie einen Tag älter ist als Radha. In ihrer feurigen Zuneigung zu Radha zirnt sie oft mit Krishna und bestärkt Radha in ihrem gekränkten Stolz, wenn Krishna sie verletzt. Die Gopi-Vishaka ist am gleichen Tage geboren wie Radha. Sie schläft an ihrer Schwelle, ist die vertraute schwesterliche Freundin und sucht ständig Radha's gekränkten Stolz zu beschwichtigen. Die anderen Gopis sind ein wenig jünger als Radha. Diese Altersstufen bezeichnen Reifegrade und deuten hin auf die verschiedene Art ihres Charakters und ihres Dienerns. Die Hautfarbe Radha ist wie geschmolzenes Gold. Ihr Kleid, das der dunklen Himmelswolke gleicht, ist ihre Scham scheu. Dieses Kleid hüllt Radhas Gestalt ganz ein und ist ihr sehr lieb. Die Texte betonen, dass es sich bei solchen Angaben keineswegs um Symbole handelt. Von der Mitte abwärts trägt Radha ein Gewand von der Farbe der ersten Morgendämmerung Rosenfarben und Golden und Rot gemischt. Dieses Kleid, wieder keineswegs ein Symbol, ist jene Form von Radhas Prema Bhakti zu Krishna, die Anuraga genannt wird. Das ist eine Wesensart ihrer Liebe, die verursacht, dass der Ewig Geliebte immerwährend als vollkommen neu von ihr erlebt wird. Als ob sie noch nie vorher von ihm vernommen hätte, ihn noch nie gesehen und nicht einmal je seinen Namen gehört hätte. Rupa Goswami gibt im Ujwala Nilamani folgendes Beispiel dafür. Radha hatte den Namen Krishna gehört, den Lalita bei irgendeiner Gelegenheit aussprach. Folgendes Gespräch entspannt sich. Radha, wer ist Krishna? Was bedeutet dieses zweisilbige Wort? Lalita, warum fragst du denn? Lass es doch auf sich beruhen. Radha, dieser Name, er ist noch nicht einmal in meine Ohren hineingegangen, er ist nur eben hineingegangen und nicht einmal in beide Ohren. Doch oh, schmalhüftige, er raubt alle meine Selbstbeherrschung. Kommentar von Jiva Goswami In diesen Worten liegt die Andeutung. Was wird geschehen, wenn ich ihn wirklich zu schauen bekomme? Da wäre es gut, vorher zu wissen, wer er ist. Nachhall der Andeutung Man muss darüber nachdenken, wie man den eigenen Dharma gegen ihn schützt. Lalita Oh du, durch Liebesleidenschaft Blinde, was redest du? Kennst du ihn etwa nicht? Radha Ich spreche die Wahrheit, ich kenne ihn wirklich nicht. Lalita Du bist deiner Sinne beraubt. Übermaß von Begehren hat verursacht, dass dein Bewusstsein ausgesetzt hat. Radha Dann erwecke meine Erinnerung. Lalita Heute erst Es ist noch gar keine lange Zeit seither vergangen. Wurdest du von mir seiner Hand übergeben? Radha Ja, es ist wahr. Du hast es mir wieder ins Gedächtnis gebracht. Ja, heute für einen ganz kurzen Augenblick ist der Blitzhafte irgendwie in den Vorhof meine Augen gekommen. Vom Hineinkommen in mein Innerstes Gar keine Rede. Wie sollte ich ihn also kennen? Ujjvala Nilamani Stai Bhav 136 Im Ujjvala Nilamani heißt es Dieses Kleid Radhas, das aus leuchtender Prima Bhakti, aus Anuraga besteht, berührt Krishnas goldenes Kleid, wenn die beiden nebeneinander stehen und es ist ihm sehr lieb. In dem Reiche der Lila von Radha und Krishna, sowohl in dem unendlich ewigen Reiche Goloka, wie auch bei der Manifestation dieses Reiches im Spiele auf Erden, sind Idee, Gefühl, Gedanke, Farbe, Melodie, Worte, Form, Ort, Umgebung, Dinge, Geräte, Blumengrenze, Schmuck und so weiter eins. Der Stoff des Kleides ist Idee, Fühlen und so weiter und Gefühl, Idee und so weiter ist der Stoff des Kleides. Alles in diesem Reich besteht aus unendlich bewegter, dienender, erkennender Liebe, so wie das Band, mit dem Yashoda den kleinen Knaben Krishna Damodar schließlich zu binden vermochte, aus der Kraft ihres mütterlichen ewigen Prima besteht. Obgleich die Chitkleiderathas und auch der Gopis sich ihren Gedanken und Gefühlen entsprechend von selbst ändern könnten, Wie es sehr oft bei den Mitspielern der Lila von Narayana in Vaikuntha der Fall ist, werden sie in der Vraj-Lila auf Erden und in der Goloka-Lila durch die Freundinnen und Dienerinnen sorgsam der Radha angelegt. Es ist ein Vorzug dieser Lila auf Erden, dass die Freundinnen in solcher Weise ihrer Herrin und Freundin Radha liebend dienen dürfen, ihr zum Beispiel den roten Fußlack anlegen dürfen, der wieder eine andere Form des bis nach außen hervorleuchtenden Anuraga von Radhas Prima Bhakti ist. Die acht geliebtesten Freundinnen Radhas, zu denen vor allem Lalita und Vishaka gehören, und die anderen lieben Freundinnen und die übrigen Freundinnen und die Dienerinnen sind alle individualisierte Strahlen aus der Fülle von Radhas Prima Bhakti, aus der ihr Geist und Leib gebildet ist. In den Texten wird hervorgehoben, dass es höchst konkret ist und nicht abstrakt. Wenn gesagt wird, dass in dem unsichtbaren reichen Goloka, ebenso wie in dem Lande der Lila auf Erden, Gedanken und Gefühle und Wesen, die Gestalt und das Kleid sind, und Kleid und Gestalt und Wesen, aus Gedanken und Gefühlen bestehen. Und dass Radhas Kleid und Gestalt und Wesen viel, viel wirklicher sind, als alles, was aus Fleisch und Blut und aus anderer irdischer Materie in der Welt der Maya gebildet ist. Schon mehrmals vorher wurde angedeutet, dass in dem Reiche der ewigen Liebe, das heißt in den vielen unendlichen Reichen der Lila Bhagawans, wo das göttliche Spiel immer da vor sich geht, die Naturgesetze, die mathematischen Gesetze usw. keine Geltung haben. Bhagawan ist einer und doch viele Gestalten. Krishna und Radha sind zwei und doch ewiglich eins. Das Skandapuranam sagt im Bhagavata Mahatmayam, Bhagawan Krishna ist der Mond und Radha ist das Licht dieses Mondes und die Gopis, die Freundinnen Radhas und auch ihre Gegenspielerinnen, wie zum Beispiel Chandravali, sind die Strahlen dieses Mondlichts. Um das innerste Wesen Krishnas auszudrücken, nennt ihn das Padma Puranam Patalakanda 82, 45, nicht Krishna, sondern Radhas Geliebter, Radha Kanta. Und um Radhas innerstes Wesen zu bezeichnen, wird sie dort Krishnas Geliebte, Krishna Kanta genannt. Es scheint unfassbar, dass diese ewige Einheit des Ich und des Du des göttlichen Paares Radha Krishna je getrennt werden könnte. Und doch ereignet es sich vor allem in der unerhörten Dramatik der Lila auf Erden, in der die Geliebten und selbst Gott immerfort alle Grenzen überschreiten müssen und wo keinen Augenblick Sicherheit ihres wechselseitigen Dienens besteht. In den Reichen der Gottesmajestät herrscht die selbstverständliche Sicherheit des Dienens. Der in Gott gegründete Frieden wird dort nie bedroht. Die Erkenntnis, dass der Herr und Geliebte der Allmächtige Gott ist, wird nie durch sorgende Liebe verhüllt. Auf der Bühne der Erde, wo die Lila Krishnas mit Yashoda und Nanda und den Hirtenknaben und mit Radha und den anderen Gopis gespielt wird, schlägt alles wieder um als Ausdruck ihrer noch viel mächtigeren Prema Bhakti. Da gibt es wieder Furcht, Angst, Neid, Stolz, gekränkter Stolz, Unwissenheit inmitten unendlicher Erkenntnis und so weiter. Freilich nie wie in den Beziehungen der Menschen auf Erden um ihres illusionären Ichs willen, sondern einzig um des Geliebten Gottes willen, um der Steigerung seiner Freude willen. Lakshmi, in dem unendlichen Reiche der göttlichen Allmacht, kann nie vergessen, dass sie ewiglich die von Gott untrennbare Shakti, die Gattin Narainas in Vaikuntha, ist. Während die Gopis in Vraj sich nur in hellster Verzweiflung der Trennung von dem Geliebten bewusst werden, dass sie, die sich ja durch das Walten der Yogamaya Bhagwans mit anderen Hirten in Vraj verheiratet dünken, die ewigen Shaktis die Gattinnen Krishnas in Goloka sind. Selbst hohe Bhaktas aus den Reichen der göttlichen Majestät Begreifen die Lila Rathas und der Gopis mit Krishna nicht, obwohl sie in liebender Ehrfurcht davor stehen. Im Priyad Bhagavatam Ritam spricht Narada Ich habe Furcht vor dieser unverständlichen Lila, denn die Radha, der er eben das größte Glück geschenkt hat, ließ er plötzlich allein und warf sie in den Ozean des Krams. Ahnend fügte Narada hinzu, Krishna ist immer voll Begierde nach neuem Spiel. Er macht sich nur unsichtbar, um den Prämer der Bewohner von Vraj zu steigern. Krishna ist ihr Geliebtester und die Bewohner von Vraj sind ihm die teuersten. Und wenn er sich unsichtbar macht, so geschieht es nur, um ihnen etwas sonst unerreichbar Wertvolles zu schenken. In der Szene, auf die Narada anspielt, handelt es sich nur um eine kurze Trennung, um eine der vielen Phasen des Rasa-Spiels einer Nacht. Wohl scheint es unmöglich, dass die ewige Einheit des göttlichen Paares Radha-Krishna je auf längere Zeit zerspalten werden könnte. Und doch ereignet sich auch das in der Lila auf Erden. Aber alle Trennung, deren Qual die unendliche Liebe der Liebenden und des Geliebten zu noch höheren Wogen anwachsen macht, ist ständig durchpulst von dem verborgenen Herzschlag, der alle Lila Gottes durchbebt. Im Bhagavatam 10.28.10-17 wird berichtet, dass Krishna vor Beginn des ersten Rasa-Spiels die Bewohner von Vraj in das gestaltlose Brahman eintauchen ließ und sie wieder heraushob. Und dass er ihnen dann sein eigenes unendliches Reich, Goloka, zeigte, das jenseits aller Finsternis der Gunas liegt und aus ewigem Sein und reiner Erkenntnis und göttlichem Glück besteht. Diese Schauung, welche die Gopas und Gopis im Bann von Krishnas göttlicher Lieblichkeit oft wieder vergaßen, bildet den Hintergrund vieler Szenen des bald darauf beginnenden Rasa-Spiels und der Lila der langen Trennung von Krishna, die sich später begab. Narada, ein ewiger Helfer der Krishna-Lila, der in zahllosen Weltschöpfungen Zeuge ihres Verlaufes war und der wohl weiß, wie im Sinne der Yogamaya die Dramatik des göttlichen Spiels gesteigert werden muss, ging zu König Kamsa nach Mathura und vertraute ihm an, dass Krishna und Balaram im Hirtenlande Vraj weilten. Augenblicklich ließ Kamsa die Eltern Krishnas im Königsland Vasudeva und Devaki wieder ins Gefängnis werfen und machte alle Anstalten für das Töten Krishnas, der seine Herrschaft vernichten sollte. Sitzend, liegend, stehend, essend, herumwandelnd, dachte er ja an nichts als an ihn, der als innerer Lenker und Herr der Sinne auch in ihm selber war. Und er sah die ganze Welt erfüllt von ihm. Bhagavatam 10.2.24 Diese Haltung, dessen Hass und Furcht unablässig an Krishna-Denkens, führt Kamsa und andere Dämonen schließlich zur Befreiung von ihrer Dämonennatur. Narada ging auch zu Krishna ins Reich der Kuhhirten, sprach mit ihm ins Geheim und legte ihn nahe, nach Mathura zu gehen, um Kamsa und die anderen Dämonen zu vernichten und die Erde von ihrer unerträglichen Last zu befreien. Akrura, ein vertrauter Kamsas, wurde bald darauf von dem bösen König nach Vraj entsandt, um Krishna zu holen. Akrura ist ein ewiger Prema-Bhakta Krishnas. Es erhöht die Dramatik der Lila, dass er genötigt ist, dem Asura-Kamsa zu dienen und Krishna, den er unsäglich liebt, scheinbar in den Tod zu führen. In der Arena von Mathura kämpft Krishna mit den beiden übermächtigen Ringern Janura und Mustika. Noch heute ist diese uralte Stadt in Indien als der Heimatort gewaltiger Ringer berühmt. Wie im Spiel bezwingt Krishna die gefürchteten Kämpfer, dann tötet er Kamsa, befreit Vasudeva und Devaki aus dem Gefängnis und erleichtert die unerträgliche Bürde der Erde, über welche so lange die Horden der Dämonen stampften. Dann geht er mit Balaram zu einem Guru, dem weisen Sadipani. Beide leben in dessen Haus, dienen ihm, wie es Gebot ist und lernen bei ihm in kürzester Zeit das gesamte Wissen des Veda, mit all dessen Gliedern und Nebengliedern. Bhagavatam 10.45.30-50 Und nun hebt die Lila Krishnas im Königsland an. Bhagavatam 10.46-90 Deren Geschehnisse den heimlichen Lebensinhalt vieler Bhaktas bilden, die im Geiste täglich Krishna und seinen ewigen Gefährten in dieser Lila dienen. In dem Lande jenseits des Stroms Yamuna, im Westen von Indien leuchtet nun den Berichten zufolge für eine Weile die Unendlichkeit des Gottesreiches Dvaraka auf, so wie die Unendlichkeit des innersten Gottesreiches Goloka in der Landschaft von Vrindavana sichtbar aufleuchtet. Die Mitspieler und Gegenspieler Krishnas in der Dvaraka-Lila sind zum Teil aus dem Epos Mahabharatam wohl bekannt. Zu ihnen gehören die Pandavas und Kauravas, der weise Vidura, der böse Fürst Shishupala und viele andere. Krishna befreit Rukmini und andere Prinzessinnen aus ihrer Not und vermählt sich mit ihnen. Auch diese Gattinnen im Königsland gelten als Gestalten seiner Chit-Shakti, die mit dem Krishna des Reiches Dvaraka ewiglich verbunden sind. Auf Erden bestraft Krishna nun die Bösen, rettet die Bhaktas aus ihrer Bedrückung, setzt den Dharma wieder ein, so wie er es in der Bhagavad-Gita 4.7 als Aufgabe des Avatara hinstellt. Seine göttliche Lieblichkeit und unbekümmerte Ausgelassenheit verbirgt er und lässt die Gottesmaiestät Bhagavans mehr hervortreten. Und die Gopis in Vrindavan sind indes von unsäglicher Verzweiflung über die Trennung von dem Geliebten erfüllt. Obwohl ihnen Krishna beim Abschied versprach, er werde bald zurückkommen. Ein Augenblick der Trennung von ihm, wenn Krishna mit den Herden in den Wald ging, war ihnen ja schon wie ein Weltenalter erschienen. Und nun ist er viele Jahre fort. Um die Gopis in ihrem Kram zu trösten, sandte Krishna noch nach wenigen Monaten seinen Freund Udhava mit einer Botschaft zu den Gopis. In seinem Äußeren gleicht Udhava, ein ewig beigesellter Gottes, fast dem Krishna des Königslandes. In ein goldenes Gewand ist er gekleidet. Auf Krishnas goldenem Wagen steht er. Zur Abendstunde, die Staub der Kühe genannt wird, trifft er in Vraj ein. Sein Wagen und er selbst, der aus einem Reich der Gottesmaiestät kommt, werden ganz vom Staub, der ins Hirtendorf heimkehrenden Kuhhirten bedeckt. Es ist Staub, der aus Chit besteht, Gnade Krishnas in dem Reiche von Bhagwans göttlichen Lieblichkeit. Nachdem Udhava die Eltern Krishnas im Hirtenland, Nanda und Yashoda, ehrfürchtig begrüßt und ihnen von Krishna berichtet hat, wird er am nächsten Morgen von den verlassenen Gopis umdrängt, die ihn sehnsüchtig nach Krishnas ergehen, fragen. Die Gopis sind in einem aber sonderlichen Zustand. Nach irdischen Maßen müsste man ihre Geistesverwirrung und ihre Worte Wahnsinn nennen. Doch dieser Wahnsinn ist eine Form höchster Prima Bhakti, zu dem Geliebten, von dem sie getrennt sind und dem sie nicht dienen dürfen. Besonders bei einer Gopi, bei Radha, nimmt Udhava eine Form des Prima-Wahnsinns wahr, durch den die ganze Natur in Aufruhr versetzt wird. Es ist der göttliche Wahnsinn, Divyon Mada, der einzig Radha eigen ist. Bald schmied Radha in wortspielartigen Andeutungen Krishnas Grausamkeit und Härte. Sie nennt ihn einen Heuchler, erklärt, dass sie wohl wisse, dass sie ihn aufgeben müsse und ist voll Reue, dass sie nicht schon längst auf Krishna verzichtet habe. Sie zirnt, dass Krishna sogar im Leid nicht auf das Spiel mit anderen Frauen verzichten könne. Sie sagt Udhava, es zieme sich nicht für ihn, dass er, der Bote, überhaupt zu Krishna gehe. Und dann, im schrillen Wechsel, bricht aus ihrem Herzen wieder die Aufrichtigkeit ihres Wesens hindurch und sich selbst abwertend, fragt sie voller Sehnsucht, wo er eben weile und was er tue. Bhagavatam 10.47.12-21 Radha bittet Krishna in Matura, eine Botschaft zu bestellen. Krishnas Rückkehr, welches Glück wäre das für uns? Aber wenn es auch nur die geringste Einbuße seines Glückes wäre, möge er ja nicht kommen. Seine Nichtrückkehr wäre schwere Qual für uns. Aber wenn er dort in Matura Glück und Freude hat, wollen wir immer leiden und er mag immer dort bleiben. Ujwala Nilamani, Seite 479 Erst als die Gopis ein wenig gefasst sind, vermag Udhava seine eigene Botschaft zu verkünden. Ohne die leiseste Abweichung tönt Wort für Wort Krishnas Rede klar aus seinem Mund. Doch staunend nimmt Udhava wahr, dass die Gopis einen ganz anderen Sinn daraus entnehmen, als ihm diese Botschaft zu enthalten schien. Auch die Rede des fernen Krishna an seine geliebten Freundinnen ist gleich dem einstigen Gespräch im dunklen Wald während des ersten Rasa in der Nachtregenzeit voller Doppelschichtigkeit. Ein Beispiel der Wortkunst der Shastras. Fußnote 216 Es fehlt der Raum, die Doppelschichtigkeit der Botschaft im Einzelnen aufzuweisen. Ich muss mich mit einer einzigen Strophe daraus Bhagavatam 10.47.30 begnügen. In der Außenschicht scheint die Botschaft einer elementaren upanishadischen Unterweisung in der Lehre vom Atma und Paramatma zu gleichen. Krishna sagt, dass der Welt zugewandte Gott, der Paramatma, als innerer Lenker und Freund immer da beim Atma eines jeden Wesens weile, dass also kein Wesen von ihm letztlich getrennt sei. Udhava, der Weise, der Atmerkenner, war der Meinung gewesen, diese Botschaft werde den jungen Frauen im Vrinderwald, die ja keinen Guru hatten, Gelassenheit im Krame der Trennung schenken. Doch was bedürfen die Gopis, deren geliebter Freund Bhagavan Svayam in seiner ganzen Fülle seit Ewigkeit ist, einer solchen Unterweisung über das Wesen des Welt zugewandten Gottes? Dass Krishna in einem seiner Teilaspekte auch der Paramatma über allen Atmers ist, das ist ihnen ja längst bekannt. Auch wenn es in ihnen im Glück des Spiels mit dem Krishna, der göttlichen Lieblichkeit und Ausgelassenheit oft genug aus dem Bewusstsein geschwunden war. Schon die allerersten Worte der Botschaft geben den Schlüssel zu ihrem wirklichen Inhalt. Krishna spricht. Ihr seid nie in jeder Weise von mir getrennt. Bhagavatam 10.47.29 Das bedeutet, wenn das ewige, unendliche Spiel des reiches Goloka auf Erden sichtbar wird, dann sind dort Krishna und die Gopis, das heißt Bhagavan, der Eigner aller Chichakti und die Gestalten dieser Chichakti auf der Bühne der Erde zuweilen getrennt. Doch zur gleichen Zeit spielen sie unablässig zusammen in dem immer und überall seienden reiche Goloka. Dort sind Radha und die Gopis stets mit Krishna vereinigt. Bhagavan Krishna spricht durch den Mund des Boden aus, wie die Entfaltung seiner ewigen Glila vor sich geht. Die äußere Schicht der Worte, so wie Udhavas sie versteht, handelt von der äußeren Lila Gottes in Bezug auf das Universum von Zeit und Raum. Der Lila des Entlassens, des Erhaltens und der Auflösung der Welt. Mit mir selbst als der Grundlage, durch mich selbst, ohne von irgendetwas anderem, außer von mir selbst, abhängig zu sein, offenbare ich und erhalte ich die Welt und ziehe ich mich in mich selbst zurück, in der Form des Paramatma, des Bewegers in den Dingen, den Sinnen und Gunas, der Maya, indem ich meiner Maya die Kraft verleihe, zu sein. Bhagavatam 10.47.30 Das ist eine Unterweisung vom Walten des Paramatma, die sich in verwandelter Form hundertmal in den Upanishaden, in der Bhagavad Gita und im Bhagavad Puranam usw. findet. Doch das ganze Wesen der Gopis ist Chit-Shakti, das heißt, die Kraft, durch die Gott sich selbst erkennt und in ihnen leuchtet sofort die innere Bedeutung der Worte Krishnas auf. Meine eigene ewige Gestalt, in dem unsichtbaren Reiche als Grundlage habend, mache ich durch mich selbst aus eigenem Willen meine eigene Gestalt in der Welt sichtbar, wenn die innere Lila dort offenbar wird. Aufgrund der Kraft, die meiner Yogamaya eigen ist. Und ich bin dann das Wesen, das Eigentlichste, das Liebste, der Atmer für die Dinge, die Sinne und die Eigenschaften, von denen, die zusammen mit mir offenbar werden. Ich lasse diese Offenbarung meiner selbst in der sichtbaren Welt bestehen, erhalte also den Fortgang der sichtbaren Lila und ziehe die offenbarte Gestalt wieder in mich selbst zurück. Bhagavatam 10.47.30 In verhüllten Worten gibt Krishna den Gopis zu verstehen, dass er wohl wisse, dass ihr ganzes Wesen, ihre Sinne, alle Dinge ihrer Umwelt immer von ihm erfüllt sind, dass er auch wisse, dass sie im Traum, im Schlafe stets bei ihm sind. Denn auch im Traum und Schlaf dient ja der wahre Bhakta ständig Gott. Aber beim Erwachen bleibe dann nur eine blasse Erinnerung und das reiche nicht aus. Er sagt ihnen auch, dass es ihm bekannt sei, dass er oft vor ihnen aufleuchte, wenn sie voller Verzweiflung seien, ihm nicht unmittelbar dienen zu können. Er leuchte dann nicht nur kurz wie ein Blitz vor ihnen auf, sondern längere Zeit, ja manchmal, spielten sie mit ihm wie einst in den Rasernächten. Die Botschaft Krishnas durch Udhava soll den Gopis die Möglichkeit geben, auch wenn er auf Erden fern ist, die Sichtbarwerdung Krishnas zu erleben und mit ihm zu spielen, so wie er in dem immer und überall seienden reichen Gloka mit ihnen spielt. Die Botschaft gibt ihnen die Methode, bewusst das zu erreichen, was diejenigen Gopis erreichten, die in der ersten Rasernacht dieser Weltschöpfung nicht zu Krishna kommen konnten, weil sie in den Häusern festgehalten wurden. Krishna spricht, dass ich mich, euer Geliebter, dem Anblick eurer Augen fernhalte, es geschieht, damit durch das Verlangen, ununterbrochen an mich zu denken, euer Sinn in ganz vollkommener Weise zu mir hingezogen werde. Bhagavatam 10.47.34 Er erklärt ihnen, wenn der Geliebteste fernweilt, geht das Sinnen ganz in ihm auf, doch wird das Herz auch der Frauen nicht so vollkommen hingezogen, wenn er unmittelbar vor ihnen steht. Bhagavatam 10.47.35 In verhüllten Worten lässt ihnen Krishna durch Udhava sagen, sie sollten nicht bloß im Kram der Trennung an denjenigen Krishna denken, der auf Erden fern in der Königstadt Matura weilt, sie sollten an jenen Krishna denken, mit dem sie im ewigen Goloka immer zusammen sind. Mit den Worten auch der Frauen deutet Krishna zart an, dass auch seine eigene Liebe zu den Gopis in dem Spiel auf Erden durch die Trennung immer mehr anwächst. Ohne die Hintergründigkeit in der Botschaft Udhavas zu ahnen, sind die Worte unverständlich, die im Bhagavatam auf die Botschaft folgen. Aufgrund der Botschaft Udhavas wurden die Gopis ganz frei von der Qual der Trennung. Nachdem sie den geliebten Atma, den Adhokshaya, den niemand außer ihnen sah, erkannt hatten, verehrten sie den Udhava. Bhagavatam 10.47.53 Fußnote 218 Der Gottesname Adhokshaya bedeutet, er, der es verschmäht, sich von Sinnen und Verstand erfassen zu lassen. Sobald die Gopis in zu höchst anwachsender Prima Bhakti Mahabhav sich ganz in Krishna versenkend, wie er in Goloka dem unsichtbaren Reiche ist, wird durch die Stärke dieses liebenden Dienenwollens Bhagavan Krishna offenbar und sie werden eins mit ihren ewigen Gestalten in diesem Reiche und spielen mit Krishna so, wie sie mit ihm spielten, als er mit ihnen in dem auf Erden offenbarten Reiche spielte und tanzte, ehe er nach Matura ging. Betroffen steht Udhava vor den Reaktionen der Gopis. Er merkt, dass sie etwas erleben, was ihm verschlossen ist. Er staunt ob der Stärke ihrer Liebe. Elf Monate lang bleibt Udhava bei den Bewohnern von Vraj. Als er sie verlässt, um in das Königsland zurückzukehren, preist er die Gopis in den folgenden Strophen. Diese jungen Gopafrauen haben von allen Leibträgern, allen Atmers auf Erden das Höchste erlangt. Mehr als das, was in Furcht vor dem Samsara die Munis begehren. Sie haben den Rudha Bhav zu Govinda erlangt. Fußnote 219 Einer der höchsten Formen der Prima-Bhakti Was für einen Sinn hat Geburt als ein Weltenbildner Brahma und der gleichen für einen, der vom Nektar der Berichte von dem Unendlichen, dem ewigen Spiele Krishnas erfüllt ist. Sehnsüchtig sagt Udhava Oh, Könnte ich irgendeinmal im Vrinderwald einer der Sträucher der Schlingpflanzen Heilkräuter werden, deren Glück darin liegt, vom Staub von den Füßen der Gopis berührt zu werden, der Gopis, die dem entsagten, was so schwer aufzugeben ist, den vedischen Pfade der Edlen und die Gemeinschaft mit den ihren und die stattdessen den Pfad Mukundas Krishnas erwählten, der von den Schruthis gesucht wird. Das, was Shri, Lakshmi und Brahma der Ungeborene und andere, die das Ziel all ihren Wünschens erlangt haben, im inneren Herzen verehren, den Lotus des Fußes von Govinda, den setzten sie im Raserkreis auf ihre Brüste und umarmten ihn und wurden frei von allem brennenden Leid. Bhagavatam 10.47.61-62 Doch wenn der Mahabhav die höchste Woge der Prima-Bhakti abklingt, finden sich die Gopis wieder voll Kram allein von Krishna getrennt. Wieder hebt sie die Woge der erkennenden Liebe zum Gipfel und zieht den Geliebten in die Sichtbarkeit und sie spielen mit ihm. Wieder sind sie allein. So vergehen die Jahre. Einst aber, als anlässlich einer Sonnenfinsternis auf dem Opferfelde Kurukshetra ein großes kultisches Fest stattfindet und die Weisen und Gottgeweihten aller Strömungen sich dort versammeln und auch Krishna hinzieht, da beschließen auch die Gopis, die früher glaubten, Vrindavan nie verlassen zu können, mit den Gopas nach Kurukshetra zu wandern. Fußnote 220 Kurukshetra Der gleiche Ort, wo später die Schlacht stattfindet, die den Hintergrund der Bhagavad Gita bildet. Im Lärm des Festes, da die lautesten Trommeln der Gottes Majestät und die zartesten Melodien der Flöte von Vraj zusammentönen, stehen Radha und die anderen Gopis vor dem Geliebten, der die fremde prunkvolle Königstracht des Herrn des Eils trägt und doch im Wesen derselbe jugendfrische Jüngling ist, mit dem einst Radha im Mondlicht Hain am Ufer der Yamuna spielte. Als die Gopis endlich mit Christian allein sind, spricht liebreichende Worte zu ihnen. Wieder hebt er ihre herrliche Bhakti von der Gottesliebe aller anderen ab. Er sagt, die Bhakti der Lebewesen zu mir führt zum Nektar der Unsterblichkeit. Sie führt dazu, dass sie ewig beigesellte Gottes werden. Doch es wurde mein gutes Glück, dass ihr mich zu Gesicht bekommen habt und Sneha zu mir bekamt. Bhagavatam 10.82.45 Fußnote 221 Sneha eine Form der Brema Bhakti Sire Seite 202 Nochmals erinnert Krishna die Gopis nun an jene Frauen in Vraj die in dem verschlossenen Hause waren und doch zu ihm kamen und mit ihm spielten und von Neuem verspricht er bald zu ihnen nach Vraj zurück zu kehren Nun verhüllt wird im Bhagavatam von der Heimkehr Krishnas in das Hirtenland berichtet da sprechen zum Beispiel die Bewohner von Dvaraka zu Krishna Als du in das Land der Kurus das heißt nach Matura Vrindavan gingst um deine Freunde zu sehen Bhagavatam 1.11.9 das Padma Puranam und andere Puranas berichten mehr von Krishnas Heimkehr nach Gokula Die Schüler Chaitanyas haben in ihren Werken diese Berichte sorgsam zusammengefügt und erläutert Demzufolge kehrt Krishna zu den Gopis und Gopas zurück so wie er versprochen hatte nachdem er vorher noch den letzten Asura der Vraj bedrohte den Dantavaktra erschlagen hatte Nun lösen sich die Verwirrungen die zur Steigerung der Lila von der Yogamaya herbeigeführt worden waren Krishna erklärt den Seinen dass Radha und die jungen Gopis nie mit anderen verheiratet waren dass das nur ein Spiel der Yogamaya gewesen war zur Bekräftigung ihres ewigen Bundes wird nun auch auf Erden die Hochzeit Krishnas mit den Gopis vollzogen Dann nach einigen Monaten der freudigen Feste drehten die Gottesgestalten der beiden ewigen Reiche Goloka und Dvaraka die sich in der Lila auf der Erdenbühne vereinigt hatten wieder auseinander Der Krishna und der Balaram von Goloka kehren mit ihren ewigen Gefährten nach Goloka zurück Der Krishna und der Balaram des ewigen Reiches Dvaraka gehen noch für eine Anzahl Jahre in die Stadt Dvaraka auf Erden und spielen dort noch vielerlei Lila Dann kehren auch sie mit Vasudeva und Devaki und allen anderen ewigen Gefährten heim in ihr unendliches Reich Dvaraka in der Ewigkeit Nur Vishnu der Welt zugewandte Gott bleibt in Krishnas Gestalt noch eine Weile auf Erden bis auch er in sein Reich zurückkehrt Nichts bleibt von dieser Lila Gottes in der Welt über die nun das finstere Zeitalter Kali-Yuga hereinbricht als die Berichte von seinem göttlichen Spiel die Worte die im Sinn mancher Shastras Wesenseins mit der Lila selbst sind Als Krishna in sein eigenes Reich zurückgekehrt war und mit ihm die göttliche Wahrheit und das heilige Recht die Erde verlassen hatten ist nun im Kali-Yuga im finsteren Zeitalter der Zwiedracht für alle die blind sind diese Purana Sonne aufgegangen Bhagavatam 1.3.45 Warum werden die Berichte von Krishnas Rückkehr zu den Gopis und Gopas im Bhagavatam nur verhüllt wieder gegeben Jiva Goswami erklärt im Krishna Sandarbha dass das einen doppelten Grund habe denjenigen die Gott abgewandt sind soll die offensichtliche Lösung des Problems vorenthalten werden und den anderen die wie mit aufgerecktem Hals in innerer Spannung hinhören um das Zurückkehren Krishnas nach Vraj und die Einswerdung aller mit der unsichtbaren Lila zu erfassen denen steigert das nur verhüllt ausgesprochene ihre Sehnsucht um des Dienens Willen vom Abschluss der Vraj Lila zu hören und sie aus den verhüllten Worten des Textes doch zu erkennen Jiva Goswami bittet mehr als einmal dass Bhagavan Krishna und Sukadeva ihm vergeben mögen dass er die Dinge aus dem Bhagavatam und anderen Texten der Wortoffenbarung klar zusammenstelle obwohl sie im Bhagavatam aphoristisch dargestellt werden um Vielen Dank.